Herzlich Willkommen bei NacktMultiV. Wir spielen noch eine Runde Warsander. Der Manni ist schon ins Bettchen geüpft und darum spielen Toffa und ich weiter. Dafür haben wir jetzt eine andere Linie genommen. Das heißt, Toffa spielt die Deutschen, ich spiel die Russen. Das heißt ganz einfach, ihr bekommt diesen Tag ein Special. Warsander im Überfluss. Das ist aber ausgesprochen, ey. Ja, muss man ja. Muss man das? Ach, halt die Klappe in die Schlacht. Das ist das Problem, wenn man ihn host sein lässt. Damit bringen wir ihn immer aus dem Konzept. Och nö. Ja, klar, ich hol mir einen Heavy Attacker und zack, müssen wir so einen Scheiß machen. Ja, Flugplatz-Vorherrschaft. Egal, ich nehme den trotzdem. Ach nö, Flugplatz-Vorherrschaft mit Schiffen. Deine Schuld. Aber ich habe Bomber dabei. Jo. Ich habe Bomber dabei, das Problem ist nur... Ja, was ist das Problem? Ja, will ich ihn davon nicht zuerst nehmen, ich nehme mal den kleineren zuerst. Fahrwerk ausfahren. Warum kommt das nicht? Ach so. Falter Knopf. Ich habe irgendwie gesagt, wir fliegen alle in eine andere Richtung als ich. Alla drüben sind Schiffe. Das ist doch schön, die sind dicht beisammen, da kann man schlecht daneben zielen. Außer man heißt Bala. Möglich ist alles. Normalerweise liegt meine Trefferquote bei zwölf Bomben bei einem. Ich habe mein Fahrwerk abgerissen, mein Flugzeug brennt. Wieso denn? Was hast du denn gemacht? Ich habe versucht zu landen. Ach, aber 200 XP für Landung. Egal. So, Jungs. Wir machen einen kleinen Anflug auf die Schiffe. Hört ihr das kleine Geräusch, was ihr jetzt vernimmt? Das heißt, ich bin zu schnell. Wo ist denn die Kackstelze? Da hinten. Und daneben. Das kriegst auch nur du hin. Ja, das sind Schiffe, das ist nicht so einfach, du. Wow, es sind Schiffe, sie fahren mit höchstens 13 Knoten. Die sind schneller als die Panzer. Nein. Halt die Knappe, du hast gerade ein Flugzeug zersammelt. Ja, bei einer Landung. Solchen Leuten reden wir gar nicht erst hier. Auf super kurzen Terrain. Da. Du drehst aber ab. Drei Kilometer weit. Ich muss nur noch 38 Sekunden warten. Jetzt lieber 400, Eric. 100 Kilogramm mitnehmen sollen, statt 12,50er. 20 Sekunden. Die schießen auf mich in den 20 Sekunden. Ja, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, komm schon. 5, 4, 3, 2, 1. Du hast schon wieder nichts getroffen. Überflogen. Überflogen. Ich hab die... Jetzt hab ich sogar eine zerstört. Überflogen. Pussy. So, jetzt komm ich. Warum glaube ich das noch nicht? Das sind Patrouillenboote. Das ist klar, dass du die triffst. Die sind verdammt schnell, so. Das sind Patrouillenboote mit PT-Torpedos und so'n Scheiß. Ja, dann nimm mal die größeren dahinten. Bist du dann zufrieden? Schlachtkreuzer musst du nehmen oder Flugzeugträger? Leichter Kreuzer. Zerstörer. Liefer fehlst du auch noch. Möglich. Wird schon. 16 Meter. Das geht noch tiefer. 10. Genaue Ansicht hier. 9, 8. Ups. Darüber reden wir nie wieder. Hast du schon wieder nicht getroffen? Na ja, an der Flanke hab ich jetzt lang geschafft. Eigentlich, also im wirklichen Leben wär das Ding bestimmt wenigstens gewackelt. Ja. Dann wär den Schützen dann übel geworden und dadurch hätt man dann hier... Hm. Wann findest du eigentlich mal keine Ausgabe? Ich bin reingestürzt. Der hat mir die Flügel abgeschossen. War voll unfair. Jetzt komm ich mit 100 Kilogramm Bumpf mir. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Ich bin mit den kleinen Scheiß an. Ich riskiere hier mein Leben für dich und du lässt... Nee. Der hat mir die Flügel abgeschossen im Anflug. Nee, 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 nee. Meine Flügel. Wer braucht die schon? Und wie es aussieht, ich. Nein. Was glaubst du noch? Ich brenne. Jetzt brenne ich nicht mehr. Was steht dort? Sechstank? Ja. Ich schluss hierzu. Bam. Alles deine Schuld. So, ich schlieg diesmal in Fahrtrichtung rein. Dann treffe ich auch. Warum glaub ich dann nicht dran? Warum hast du schon wieder so zwei? Weil ich davon zwei hab? Backup Flugzeuge, ne? Nein. Ich hab zwei verschiedene Modelle. Wo ist mein Aufpasser? Ich bin ja im Luftkampf verwickelt. Das ist mir scheißegal. Bei dir ist überhaupt keiner. Nee, hinter mir fliegt nur einer her. Hinter dir brennt irgendwas, ja? Ja, ich hab da auch, ich schieße ja auch drauf. Mit meinem Heckkondel. Wo bist du denn? Könntest du mir mal helfen? Direkt vor dir. Der hinter dir war für mich schon tot. Nein, der ist noch nicht tot. Dem geht's flendend. Ich muss langsam machen und landen. Die haben weg im Tank. Was ich gleich wieder abdichte. Ich bin auch überall rot. Dichte sich das auch wieder einfach von alleine ab? Klar. Pilot gefallen. Dank dir. Ich hab nur noch eine Maschine. Das wird nix. Ich bin zu schnell. Das bist du immer. Das müsst ihr immer noch hinter mir. Um den dich kümmern wolltest. Also jetzt brenne ich. Da ist genug Wasser um die Insel. Gehe ich. Wenn es so weiter geht, darf ich auch gleich Not wassern. Das hast du verdient. Wo ist mein Fahrwerk? Hallo? Geht doch. Komm, Nase wieder hoch. Nase wieder hoch. Verdammter Mann. Nimm die Nase hoch. Komm, mit der Nase. Komm schon. Nimm die Nase hoch. Kriegst du einen Orgasmus? Nimm sie hoch. Nies hoch. Nieses war's. Jetzt ist mir einer reingeflogen. So, weil er nicht aufgepasst hat. Ich hatte besseres zu tun. Ja, schmiert gerade auch ab. Der, der mich abgeschossen hat. Was heißt, du hättest mir ruhig helfen, wenn du eh schon hinter mir warst? Ich war auf dem Flugfeld. Du hast gemeint, du warst hinter mir? Nö. Ich schaue mir das Video an. Mach du nur. Ich bin tot und habe keine Flugzeuge mehr. Halt die Klappe. So schnell? So schnell? Deine Schuld. Ach, da war ja schon Baller. Da. Guckt euch den Kack-Noob an. Der weiß nicht, was die Kurve dreht. Ich musste abbremsen. Das war eine Bremskurve. War zu schnell. Ja, ja. Super. Jetzt sitzt ich endlich im Jäger und dann ist die Runde vorbei. Ha, ha. Und Mission gescheitert, war ja klar. Wegen der Nulpe, weil er mich nicht gerettet hat. Ja, ja. So sieht es aus. Schieb es immer auf andere. So. Haben wir wieder eine Runde geschafft. Dann steht eine weitere vor uns. Ihr kennt das Spielchen. Abonnieren, kommentieren und bewerten. Ansonsten viel Spaß bei uns auf dem Channel und bis zum nächsten Mal. Servus. Und tschüss.